Ich grüße euch ihr Lieben zum nächsten Tagesorakel für den 29. Juli 2022. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich würde mich übrigens auch freuen, wenn ihr das Video liked oder kommentiert und gerne auch weiter teilt. Und alle wichtigen Infos stehen unten in der Infobox. Und dann schauen wir doch mal, was die Karte für heute ist. Ich mische wieder. Entweder fällt eine raus oder stellt sich eine auf oder ich hebe ab, wenn sich nichts tut. Ja, dann schauen wir doch mal, was heute steht. Ich bin bereit, mir zu verzeihen. Ich bleibe meinen Werten treu. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dieses Selbstverzeihen, dieses sich selber auch verstehen und eben nicht verurteilen. Ja, also für das, was vor allem in deiner Vergangenheit passiert ist, auch wenn es vielleicht nicht so schön war, auch wenn du vielleicht auch mal unter Anführungszeichen böse zu anderen warst. Oder was auch immer passiert ist. Oder du hast etwas unterlassen oder so. Also sei nicht böse auf dich. Schau nach vorne, schau in die Zukunft. Und ja, geh deinen Weg weiter und bleib dir wirklich selber treu. Na gut, ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Liebe. Tschüss. Baba. Ciao. Ciao.